hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen batterie video heute gibt es von nico feuerwerk die monster burner die es jedes jahr bei norma hier für 1999 zu kaufen gibt eine batterie mit einer brenndauer von 45 sekunden dann haben wir hier ein kaliber von 20 mm und 63 schuss ein wirklich schönes teil muss man sagen habe ich mir jetzt auch lange nicht mehr geholt gehabt und ich werde die jetzt einfach mal für euch testen schöne rohre und schauen ob die sich lohnt ich wünsche euch viel spaß mit diesem video so 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 so